Und mein Numen ist Gottschik. Das ist der älteste Numen aus Peterstorf, 1362. Bei Ost im Peterstorf, Paterstorf. Wir lohen an Budaktal. Budaktal ist südlich von Bistritz. Dort sind wir an die Schule gegangen. Beste vier Klassen, Deutsch. Und noch an die Blei-Schule. Beste sieben Klassen. Die Schule habe ich dann an der Berufsschule. Ackerbauschule. Das ist ein Bistritz. Dort bin ich drei Jahre gelegt. Und danach bin ich beim IKAR an die Warte gekommen. Dort bin ich auch schon gewartet. Und danach bin ich auf die Hochschule gekommen. In Klausenburg. Dort bin ich vier Jahre studiert. Und danach bin ich fertig. Und ich bin in der Landwirtschaftsgenossenschaft. Und Schiouz. Dort bin ich zwei Jahre geworden. Und von dort bin ich, sah ich ein Selk, drei Jahre geworden. Selk ist, äh, ist Scheike. Von dort sah ich ein, äh, Blasendorf. Und ich bin dort 50 Jahre geworden. Als Ingenieur. Soviel, ne?